Wir begrüssen Sie in der S5 nach Steinhausen-Rigiblik, Steinhausen-Knonau-Birmensdorf. Steinhausen-Rigiblik Steinhausen Knonau Medmenstetten Affoltern am Albis Hedingen Bondstetten-Wetzwil Nächster Halt, Birmensdorf-Endbahnhof Geschätzte Fahrgäste, dieser Zug kann wegen Bauarbeiten nicht weiterfahren. Wir bitten Sie auszusteigen und für die Weiterfahrt den Bahnersatzverkehr zu benutzen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und bitten Sie um Entschuldigung. Wir begrüssen Sie in der S5 nach Bondstetten-Wetzwil, Hedingen, Affoltern am Albis, Zug. Nächster Halt, Zug, Endbahnhof. Wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von ihnen. Nächster Halt, Zug, Endbahnhof. Nächster Halt, Zug, Endbahnhof. Nächster Halt, Zug, Endbahnhof. Nächster Halt, Zug, Endbahnhof. Nächster Halt, Zug, Endbahnhof.